Huda hat released, Huda hat released, Huda Sanchez mit Wayo, produziert von Carbo. Ich habe richtig Bock auf das Video und wir hören direkt rein, wir hören direkt rein. Ich gebe mal direkt ein Like, weil ihr wisst, Huda Support, dies, das Ananas. Und für alle, die es noch nicht wussten, ich bin live auf Twitch, jeden Abend gefühlt, egal wann, ich komme spontan immer abends live. Locker in 30, checkt es ab, wir gehen rein in das Video, ich bin sehr gespannt. Huda, 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 H geile geile line also ist die message ist die hook ist geil ich schwöre die hook ist geil ich schwöre heute wird so viel müll warte mal hat pumpkin als das eine line gegen pumpkin da klärt mich mal auf in den kommentaren also ich sag euch ehrlich ne also die also das musikvideo ist auch sehr sehr geil sehr sehr geiles musik dicker geiles ding geiles ding sie die pistole schießt in die sohle du leckst du bist die große schwöre waren geiles ding auch wenn das lyrisch jetzt kein meisterwerk war war das ehrlich ein schlechter song also dies mit wei ging direkt in den kopf rein und hat gute laune gebracht ein zwei stiche lines gegen alte leute ja geiler song okay ich war da lang wo die träume warten du kannst alle deine leute fragen ein auto wie ich sonst die deutschen